Hallo, da mal herzlich willkommen zu einer weiteren LS22 Fahrzeug- und Geräteübersicht hier auf Kornhub. Ich grüße euch. Aktueller Stand 29.10.2021 und es hat sich mal wieder einiges getan hier in der Übersicht und auch gleich ein kleines Statement hier vorab, was so ein paar Fragen insgesamt hier zu diesem System, schlechte dieser Problematik, die hier teilweise manchmal stattfindet, mit beantwortet. Wie immer gilt aber, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und alle Links zum Vorbestellen, die immer in der Videobeschreibung verlinkt. Bevor wir beim Thema Fahrzeuge anfangen, ein kurzes Statement zu diesem System, was hier dahinter steckt, weil es da scheinbar ein bisschen Verwirrung gibt, beziehungsweise seit zwei Wochen ist die Verwirrung größer als alles andere. Wir haben jetzt hier wieder die neuen Factsheets mit integriert, aber nur teilweise. Ein paar Fahrzeuge von den Factsheets von heute, also was ist von heute, vom 29.10. von den Factsheets fehlen. Ebenso fehlen noch Fahrzeuge aus der letzten Factsheet-Woche, die sind noch nicht drin. Liegt daran, der Herr, der dafür verantwortlich ist, der ist momentan krank und ist nur eingeschränkt zur Verfügung und andere übernehmen das, die aber wiederum an anderen Dingen arbeiten und nicht 100% Zeit dafür haben. Deswegen ist aktuell ein bisschen Chaos in diesem System drin, davon mal ganz abgesehen. Nur dazu, dass ich nicht verwundert werde, warum ist jetzt hier was drin und das andere und das fehlt aber aus den Factsheets und so weiter und so fort. Das wird später alles wiederum nachgetragen. Höpt die Verwirrung jetzt nicht auf, aber ab nächster Woche soll es wieder normal laufen. Schauen wir mal. In dem Sinne würde ich sagen, fangen wir mit den Fahrzeugen an, denn wir haben ein paar neue Fahrzeuge. An der Maschine haben wir gar nichts und Geräte haben wir, glaube ich, mit am meisten, sofern ich das richtig aufgeschrieben habe. Fangen wir an bei den Fahrzeugen. Bei Abbey gibt es nichts Neues, bei Bührer dementsprechend auch nicht. Bei Case gehört jetzt eigentlich die ASF Connect Serie mit rein, aus den Factsheets. Vom Freitag sind aber jetzt hier nicht mit drin. Denkt ihr euch einfach dementsprechend mit dazu. Komplett neuer Eintrag hier ist Challenger, und zwar Challenger MT700 Series. Die Raube kennt man ja soweit. Großtraktor 380 bis 431 PS bei 40 kmh maximaler Geschwindigkeit. Das ist dann aber das Einzige, was aus der Challenger-Marke dementsprechend mit übernommen worden ist. Bei Glas gibt es nichts Neues. Bei Fersen gibt es in dem Falle momentan auch nichts Neues. Thema Fendt ist der sechste Eintrag neu dazugekommen, und das ist noch der 900 Vario MT. Als Großtraktor, der hat hier noch gefehlt zu den 1100er, wie man es auch schon erwartet hat. 380 bis 431 PS bei 40 kmh maximaler Arbeitsgeschwindigkeit, und damit ist die Fendt-Kategorie auch vollständig abgeschlossen. Hardy hat einen Eintrag noch dazu bekommen. Wir haben wieder die Rubicon 9000 mit dabei. Pflanzenschutz-Spritze, 370 PS, 50 kmh, 48,5 Meter Arbeitsbreite mit 9000 Liter Tank für Flüssigdinger bzw. Herbizide. Das ist dann auch schon das Einzige, was von Hardy wieder mit dabei ist. So, der Japaner, der ist schon durch. Bei JCB müssen wir noch warten. Bei Jens hat sich in dem Falle auch nichts getan, aber bei John Deere ist einiges mit dazugekommen, liebe John Deere-Fans. Und zwar erstmal die John Deere 8R Series ist mit dabei, ist ein Großtraktor, 326 bis 458 PS bei 50 kmh. Die John Deere 8RX Serie ist mit dabei, auch ein Großtraktor, 357 bis 458 PS, auch hier bis 40 kmh, maximale Geschwindigkeit. John Deere 9R Series ist mit am Start, ist ein Großtraktor, 462 bis 670 PS mit 40 kmh. Und die John Deere RX 9R Series ist auch noch mal dabei, hatet ihr recht, habe ich ja in der Demo damals gespielt im April, äh im April, im August, ne. Ich glaube, dass der noch mal dazukommen musste, 517 bis 670 PS bei 40 kmh. Aber das war noch nicht alles, hier haben wir immer noch Kaminxun, sprich es wird noch weiteres aus der John Deere-Richtung kommen. Jung Heinrich haben wir nichts Neues, Kumatsu haben wir ebenfalls nichts Neues. Krone ist auch abgeschlossen, Landini ist in dem Fall auch abgeschlossen. Dafür haben wir Lindner hier als Eintrag mit dabei, ist er wird wohl auch der einzige bleiben. Der Lindner Lindtrack 300, 130 im Kompakttraktor, Tourensegment, 136 PS bei 50 kmh. Ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, das ist der aus den Alpine DLC, der auch diese Glitz-Rundumleuchten hat, ne. Also nicht diese klassischen, sondern die da somit integriert sind. Aber ja, das wird wohl Stand jetzt der einzige Lindner im Spiel aktuell sein, abseits natürlich von Mods, ist klar. So, beim Thema Lizard gibt es nichts Neues, bei MagTrux ebenso nichts hier, ne. Neben den Rindern gibt es auch nichts Neues. MAN, wissen wir ja schon, hat sich auch nichts getan. Manitou sind wir in dem Falle auch mit durch. Mal sehr vergessen, sind wir beim letzten Mal fertig geworden. McCormick, der aus den Factsheets ist jetzt mit drin. Da haben wir die zweiten, also den 8X VT Drive, mittelgroßer Traktor, 264 bis 310 PS bei 50 kmh. Der ist halt eingetragen worden. Und damit ist McCormick dementsprechend auch durch. Bei New Holland gibt es noch den Eintrag, die C6 Series im Bereich Kompakttraktoren. Die ist noch hier mit drin, 125 bis 175 PS bei 50 kmh. Und ihr seht, damit ist jetzt New Holland erfolgreich ebenso abgeschlossen worden. Ponse gibt es nichts Neues. Hier gibt es dementsprechend nichts Neues. Riki Trak bleibt auch der Einzige mit drin, bei Europa auch nichts. Rostlmesch hat eine neue Kategorie, oder hat die Kategorie mit hinzubekommen. Der Rostlmesch RSM 2375 ist ein Großtraktor, 375 PS bei 30 kmh. Rostlmesch-Fans, also Ostblock-Fans, werden sich drüber freuen, beziehungsweise auch die Spieler aus dem Osteblock. So, bei Rodney gibt es in dem Falle nichts Neues. Hier ist eine neue Kategorie hinzugefügt worden, Samson Agro. Und da gibt es auch noch keine Einträge. Wird dann, denke ich, mal nächste Woche folgen. Aber die Kategorie ist schon mal mit hinzugefügt worden. Na, immerhin. Schäfer gibt es in dem Sinne nichts Neues. Und bei Valtra haben wir jetzt auch den zweiten Eintrag aus den heutigen Factsheets. Der Valmet 8750. Mittelgroßer Traktor, 190 PS bei 40 kmh maximaler Geschwindigkeit. Ansonsten, hier gibt es nichts Neues. Und da gibt es ebenso nichts Neues. Thema Erndemaschinen. Zur Übersicht muss ich einmal durchgehen. Aber hier gibt es überall nichts Neues. Da hat sich in dem Falle nichts getan. Alles, was noch auf Coming Soon steht, steht dementsprechend noch auf Coming Soon. Und alles das, was fertig ist, ist dementsprechend fertig. Aber heute keine neuen Einträge, was das Ganze angeht. Aber da wird noch ein bisschen was kommen. Wenn auch nicht mehr allzu viel. Aber ein bisschen was kommt da, denke ich mal noch. Sonst wird es ja dementsprechend auch nicht dastehen. Aber ihr seht, hier ist alles durch. So, Thema Geräte. Da haben wir das meiste. Halleluja. Also, bei den Gewichten hier gibt es nichts Neues. Da sind wir ja durch. So, ergriffen. Haben wir jetzt einmal den vierten Eintrag. Und damit auch den letzten Eintrag. Und zwar den Kulti Blow Platinum 8M. Ist ein Tiefenlockerer mit 8 Meter Arbeitsbreite und 435 PS empfohlene Leistung. Somit wäre die Kategorie auch dann dementsprechend einmal abgeschlossen. Dann geht es weiter hier bei Akromas. Da gibt es in dem Sinne nichts Neues. Bei Albut gibt es in dem Fall auch nichts Neues. Das haben wir ja in dem Fall auch hier schon abgeschlossen. Wie man unschwer erkennen kann. Hier gibt es ebenso nichts Neues. Bei Amazone ist der dritte Eintrag neu. Also, der dritte, da habe ich mich auch verschrieben. Der vierte Eintrag ist ja neu. Und zwar die Amazone Zitan, wenn man zur Aussprache 5001C. Die Saatmaschine kennt man ja soweit. 300 PS, 15 Meter bei 7080 Litern. Volumen ist Dünger und Saatgut wiederum zugleich. Die ist jetzt noch mit eingetragen. Aber damit sind wir bei Amazone in dem Fall auch noch nicht fertig. Da kommt dann dementsprechend auch noch was. So, bei Empty gibt es in dem Sinne auch nichts Neues. Beim anderen DLC lässt man auch noch ein bisschen auf sich warten. Das war zu früh. Ich wollte ja erstmal noch zu Annaburger. Den sind wir aber einmal durch. APV gibt es ebenso nichts. Bei Akkusin gibt es auch nichts. Da haben wir ja einmal auch das Ganze durch. Bettner, kennen wir bereits, ist soweit durch. Bei Bergmann ist diesmal der dritte Eintrag. Der ist diesmal richtig und zwar Bergmann TSW 6240W. Ist ein Miststreuer, 220 PS empfohlene Leistung, 24 Meter Arbeitsbreite bei 25.000 Litern Kapazität. Also haben wir da noch einen Bergmann Miststreuer wiederum mit dabei. Und hier wird auch noch ein bisschen was kommen. So, bei Böckmann gibt es in dem Falle nichts Neues. Aber wenn wir schon bei B sind, gehen wir ja noch zu Brandner. Da ist nämlich in dem Sinne auch nichts Neues dabei. Aber hier bei Breton auch nichts. Aber jetzt kommt das Aber. Ich konnte es nicht drückhalten. Und zwar den Bremer. Oder Bremer als neue Marke. Den Transportwagen TP500S. Das ist ein Tieflader. Ein ziemlich niedlicher Tieflader, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber mit dabei ist aber auch schon das Einzige aus der Marke hier. Deswegen. Aber immerhin. Bei Viri gibt es aktuell noch nichts Neues. Bei Case haben wir Eintrag 1 und 2 neu. Und zwar den Speed Tiller 465. Das ist eine Scheibenegge mit 9,5 Metern Arbeitsbreite bei 360 PS empfohlener Leistung. Sowie den Speed Tiller 475. Ebenfalls eine Scheibenegge 550 PS bei 12,5 Metern Arbeitsbreite. Und damit wäre die Case-Kategorie auch damit erfolgreich abgeschlossen. Schöne Sache. Immer immer was Neues. Thema Glas. Hat sich hier noch nichts weiter getan. Ich weiß nicht, ob hier noch Gewichte dazukommen. Oder vielleicht noch irgendwas Größeres. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Conway All. Da gibt es momentan auch nichts. Bei Dalbu hat sich auch was getan. Und zwar war das abgeschlossen. Wir erkannten immer nur hier diesen Maxi-Cut. Jetzt haben wir den Power Roll 1230 HD. Das ist eine Walze. 160 PS bei 12,3 Metern Arbeitsbreite. Den Mega Roll 2430. So rum ebenfalls eine Walze. Mit 350 PS empfohlener Leistung und 24,3 Metern Arbeitsbreite. Sowie den Maxi-Roll 430 Greenline. Gehört in die Shop-Kategorie Grünlandpflege. Ihr seht also, es kommen auch immer wieder noch neue Shop-Kategorien mit dazu. 100 PS, 6,3 Meter Arbeitsbreite. Kapazität 250 Liter. Was wir damit genau machen können, ist dann so die Frage. Also die Liter-Kapazität gehe ich mal stark davon aus, dass das Dünger ist. Oder irgendwas zum Ansehen halt. Aber ja, Walzen sind jetzt am Ende des Tages auch mit dabei. Also nicht nur die neue Kategorie Mulcher und noch Spaten. Das kommen auch noch dazu. Sondern jetzt auch dementsprechend Walzen. Also für alle die, die halt gerne mehr mit ihren Feldern machen wollen. Oder immer mehr so auf Realismus. Die werden im 22er definitiv glücklich werden. So ist es nicht. Damcon gibt es in dem Sinne nichts. Dengelmann ist immer einmal durch. Deutsch-Fahr, wisst ihr ja auch Bescheid. Gibt es nichts. Wir haben hier bei Düsel oder Düvelsdorf, wie man so mal ausspricht. Jetzt hier noch den Meta-Roller Wario mit dabei. Auch hier Grünlandpflege. Also den Dings, dass wir die Felder wieder resetten können. Und das kennen wir ja bereits auch schon aus dem Vorgänger. 80 PS, 4 Meter Arbeitsbreite. Ja, warum nicht? Sage ich mir da immer wieder. Warum nicht? So, dann haben wir hier einmal iBug. Da gibt es in dem Fall auch nichts Neues. Bei Elo ist momentan auch noch Funkstille angesagt. Fersen das gleich in Grün. Beziehungsweise da sind wir ja durch. Dann haben wir jetzt hier heute aus den Factsheets das Ganze mal dazubekommen. Und zwar PharmaX. Und da haben wir auch gleich die ganzen drei Modelle. Und es ist in der Tat, ich hatte erst gedacht, die kategorisieren das als Mulcher ein. Aber nein, ist auch wieder eine neue Shop-Kategorie. Und zwar Spatenmaschinen. Wunderbar. Da haben wir den KRG 250 mit dazu, den wir aus den Factsheets halt kennen. Klarer Fall, 190 PS, 2,5 Meter Arbeitsbreite. Den DRP 300 Perfect. Auch da wiederum Spatenmaschine, 100 PS, 3 Meter Arbeitsbreite. Und den Rapid 450 Trayland, auch eine Spatenmaschine mit 4,5 Metern Arbeitsbreite und 200 PS an Leistung. Also einfach mal eine komplett neue Kategorie da drin mitgeschaffen. Was man dann auch immer aktiv damit machen kann. Das sei dann mal dahingestellt. Das sehen wir dann, wenn das Spiel so weit raus ist. Ebenso noch hier als neue Marke mit eingetragen. Farmed. Auch noch nie gehört im ehrlichsten sein. Und zwar der Kompaktomat 1570 Max. Das ist ein Grupper. Sieht gigantisch aus. 500 PS bei 15,7 Metern Arbeitsbreite. Ist ordentlich. Ihr seht, das ist alles so an der Seite reingeklappt. Hat mit diesem Jerkies-Blau einen sehr eigenen Anstrich, nenne ich es mal so. Fällt auf jeden Fall auf dem Feld auf. So ist es ja nett. Aber ja, auch da komplett neu. Allerdings halt auch nur ein Gerät. Muss man auch dazu sagen. Aber gut. Thema Farmtisch gibt es nichts Neues. Bei Fan gibt es momentan ebenso nichts. Bei Fliegel haben wir den siebten Eintrag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier unten. Und zwar den DTS 5.9. Auch wiederum ein Tieflader. Der ist ein bisschen größer als der andere. Der da ganz niedlich war. Aber ja. Und hier sind wir aber auch noch nicht vollständig durch. Davon mal ganz abgesehen. Fuhrmann sind wir einmal in dem Falle durch. Gessner Industries sind wir einmal durch. Bei... Dürftig kurz. Vielen Dank. Bei Grimmel sind wir auch durch. Hatten wir beim letzten Mal abgenommen. Hardy hat einen Eintrag Nummer 4. Neu. Und zwar der Commander 4500 Delta Force. Immer schöner Name. Ist eine Spritze 27 bis 33 Meter bei 4500 Litern Kapazität. So weit, so klar. So selbst erklärt. Habe. Spricht man nicht einzeln aus, sondern zusammen. Habe. Ich habe es gelesen. Jungs, Mädels. Sehr schön. Gibt es aber auch nichts Neues. Auch wenn man es richtig jetzt liest. Heizomat ist durch. Hollerass gibt es momentan auch nichts Neues. Bei Horsch sind wir dementsprechend auch durch. John Deere hat den dritten Eintrag am Ende des Tages mit Neu dazubekommen. Das ist ein Gewicht. Pickup 1800. Ansonsten hier Pickup 1150. Das ist im Endeffekt ein Gewicht. Das ist aber das Einzige, was hier momentan mit dazugekommen ist. Caveco gibt es ebenso nichts Neues. Bei Kessler sind wir einmal auch durch. Kensei sind wir auch durch. Knorre sind wir durch. Köckerling hat einen neuen Eintrag. Und zwar der erste. Der Vektor 570-800. Ist ein Gruber. Eine 320 PS empfohlene Leistung. 5,7 bis 8 Meter Arbeitsbreite. Sprich, das lässt sich verändern. Beziehungsweise einstellen im Shop. Das ist soweit ganz nett. Dann gehen wir weiter zu Kotte. Da gibt es in dem Falle aber auch nichts Neues mit der Doom. Bei Grambe ebenso wenig. Beziehungsweise sind wir durch. Agro-Liner gibt es in dem Falle nichts Neues. Bei Krone sind wir durch. Krone Trailer ist ja wie gesagt auch noch der Einzige. Bei Kuhn hat sich momentan auch noch nichts getan. Da kommt aber dementsprechend auch noch was. Querneland hat einen neuen Eintrag. Und zwar den PW100-12. Beziehungsweise Minus 12. Ist ein Flug. 360 PS bei 6 Meter Arbeitsbreite. Das ist mit dazu gekommen. Und da kommt aber noch ein bisschen mehr noch dazu. Da ist Querneland noch lange nicht durch. Lemken hat auch neue Einträge bekommen. Drei Stück an der Zahl. Und zwar der Lemken Titan 18. Im Flug 300 PS 4,9 Meter Arbeitsbreite. Lemken Karat 12-500 KUA. Ist ein Gruber mit 225 PS empfohlener Leistung und 5 Metern Arbeitsbreite. Sowie dem Lemken Coraline. Ne? Coraline. Wenn man es so ausspricht. 9,840. Ist auch ein Gruber mit 320 PS empfohlener Leistung. Sowie 8,4 Meter Arbeitsbreite. So und da sind wir bei Lemken noch gar nicht durch. Da kommt auch dementsprechend noch mehr. Lizard auch noch nichts Neues mit dabei. Maxi sind wir in dem Falle durch. Marcel Ferguson sind wir ebenso durch. McCormick Industries sind wir durch. Nadi, ja es wartet noch darauf. Bis der letzte Transportwagen dann dementsprechend kommt. Nolan bleibt wohl bei der Ballenpresse. Nordstern. Nordstern. So rum. Nicht Nordstern. Nordstern. Gibt es in dem Fall auch nichts Neues. Paladin. Ebenso. Dann haben wir Pöttinger. Da ist der zweite Eintrag neu. Pöttinger Terradist 1000 oder 100001T. Das ist eine Scheibenegge. Wie uns war können können. 350 PS bei 10 Metern Arbeitsbreite. Joa. Mehr ist da bei Pöttinger jetzt in dem Sinne auch nicht mehr dazugekommen. Aber dafür kam ja beim letzten Mal ein Haufen. Und hier sind wir auch noch nicht durch. Davon mal ganz abgesehen. So. Hier gibt es nichts Neues. Hier gibt es ebenso nichts Neues. Hier gibt es nichts Neues. Hat man ja letzte Woche. Bei Robi gibt es auch nichts Neues. Bei Ropa ebenso wenig. Russellmesh. Auch da nichts Neues. Rudolf gibt es auch nichts Neues. Hatte ich letzte Woche aus Versehen als fertig bezeichnet. Ist natürlich falsch. Hier kommt noch was. Samsung. Agro. Der Eintrag bei den Fahrzeugen. Der noch leer ist. Haben wir jetzt hier bei den Werkzeugen einmal vervollständigt. Und zwar den Flex 23. Das ist ein Miststreuer. 200 PS. 24 Meter. 22.900 Liter. Den PG-235. Das ist ein Güllefass. Kennen wir ja bereits. 300 PS. 34.500 Liter. Sowie dann noch die diversen Anbaugeräte. Das SD-7 für das Güllefass mit 140 PS und 7 Metern. Sowie das SBH 436 mit 36 Metern Arbeitsbreite. Und damit ist die Kategorie dann auch schon einmal reingekommen. Und einmal erfolgreich abgearbeitet. Suitmaker gibt es nichts Neues. Bei Strautmann gibt es den zweiten Eintrag neu. PS 3.401 ebenfalls ein Miststreuer. 300 PS 24 Meter bei 34.300 Liter Ladekapazität. Das ist eine ganze Menge. Mehr gibt es da nicht. Kommt aber dementsprechend auch noch ein bisschen was dazu. Ne, Thunder Grid gibt es nichts Neues. Hier TC TMZ ist ja einmal durch. Treffler gibt es nichts. TT gibt es nichts Neues. Featherstedt ist jetzt auch vollständig. Und zwar kommt jetzt noch die Featherstedt NZ Extreme 1425 dazu. Das ist ein Grupper, ein gewaltiger Name. 450 PS Leistung wird benötigt bei 14,3 Metern Arbeitsbreite. Und damit ist Featherstedt einmal durch. Vicon ist durch. Webber ist durch. Welker ist durch. Wilson Trailer lässt auf sich warten. Und Soonhammer ist dementsprechend auch durch. Thema Diversität gibt es leider auch nichts Neues. Da sind selbst die Kontinentale Reifen immer noch nicht eingetragen. Deswegen ist alles ein Chaos. Aber ich glaube, ich habe alles abgedeckt. Und ihr habt jetzt die Übersicht für diese Woche wieder bekommen. Jungs, Mädels, Diverse. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Däumchen nach oben da, falls es noch nicht getan hat. Und falls es euch gefallen hat. Ich bedanke mir. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht keinen Blödsinn. Fleißes Wetter gut. Und dann hören wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut der Renne. Tschüssi, Gorski. Tschüssi. Tschüssi.